Es ist etwas anpacken, etwas aufbauen, etwas erschaffen, ins Tun kommen, Lösungen herbeiführen, handeln, etwas produzieren, etwas anfertigen, ganz egal ob Produkte, Softwarelösungen, Ideen, Dienstleistungen, dem sind kaum Grenzen gesetzt. Es ist wie wollen, nur krasser. Oh, großartig, das sind genau die Personen, die ich liebe. Also jemand, der nicht nur redet, sondern jemand, der die Durchsetzungskraft hat und Geschwindigkeit und Energie und Leidenschaft und Dinge eben auch tut, also handelt. Das ist jemand, der ein klares Ziel vor Augen hat und mit jedem Handgriff darauf hinarbeitet. Mutig und mit viel Tatendrang Lösungen erarbeiten, die einfach auch pragmatisch sind. Ich verbinde damit jemanden, der nicht zu lange in der Theorie verbleibt, sondern Sachen anpackt, dabei andere motiviert und mitreißt und der sich auch nicht von Herausforderungen oder Rückschlägen bremsen lässt. Ich verbinde damit eine Person, die keine Zeit verliert und voller Energie und Tatendrang Dinge anpackt und erledigt und Hürdenhindernisse einfach aus dem Weg räumt. Eine Person, ein Team, ein Unternehmen, das im klassischen Sinne die Ärmel hochkrempelt und etwas umsetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mal Alejandro Galven untertiteln Stofer